Wann wurden eigentlich die Engel erschaffen? Einen Zeitpunkt wird in der Bibel nicht explizit genannt, aber anhand von Hiob 38 kann man sagen, Gott erschuf die Engel noch, bevor er die Menschen erschuf. Und nicht nur das, er erschuf sie auch, bevor er die Erde erschuf. Das muss also am ersten Schöpfungstag gewesen sein, in der Früh. Und das macht auch Sinn, denn die Engel sind Geschöpfe Gottes gemacht für den Himmel und nicht für die Erde. Das heißt, Gott erschuf zuerst die Geschöpfe für den Himmel, bevor er sich der Erschaffung der Erde widmete.